Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Mainz 05, Bundesliga 2019, nee 2009, 2010, fertig Spieltag. Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05, entgibt uns 2 zu 0. Startelf, Borussia Mönchengladbach, Heimrisch, Heimtracata, Lefels, Provers, Dante, Jures, Marx, Mevis, Wartemur, Arko, Kolati, Poppila, Startelf von Mainz 05, Müller, Heller, Burkhardt, Adrian, Levy, Svensson, Hokeland, Karian, Elvanis, Sturchle, Wernke. Das war's von Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05, entgibt 2 Uhr Nacht 53.